Sag die Wahrheit! Ich hasse Konzi! Servus und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind die Freekickers, mein Name ist Konzi und wir sind der größte deutsche YouTube-Kanal. Die Drehs sind unterschiedlich. Es kann von 4 Stunden bis zu 8 Stunden. Da ist eigentlich alles dabei. Je nachdem, wie viel Zeit man da hat, wenn man jetzt einen Profi da hat. Es ist eigentlich alles dabei. Es müsste das vierte oder fünfte Video sein, wo ich jetzt dabei bin. Ich bin quasi der Aushilfstorwart, wenn Karol oder Jan nicht können. Es ist immer wieder cool dabei zu sein. Coole Jungs. Es macht immer wieder Spaß. Wir machen den YouTube-Kanal seit 2010. Seit dem 01.01. 2010 gibt es den. Angefangen habe ich bereits 2006, als YouTube nach Deutschland gekommen ist. Das heißt, ich bin schon sozusagen ein YouTube-Opa. Wir beide setzen uns da auf die Steine, haben so ein Handy in der Hand und sagen so, hast du schon den neuen Nike-Schuh gesehen? Und dann sagst du, nee, ich habe leider keinen Paar bekommen. Und dann kommt Tim da lang. Und dann hat zwei Paar in der Hand. Ich habe eins an, und das andere habe ich so in der Hand. Das ist eine gute Idee. Das hat mir das eigentlich schon gegeben. Dann sagt Tim so, bekommen wir die Schuhe? Nee, kommt ihr nicht. Alle ins Loha runterfallen lassen. Wir haben uns alle komplett über die YouTube-Plattform kennengelernt oder über Social Media. Das heißt, habe ich jetzt nicht aus meinem Freundeskreis bzw. die wenigsten. Nur ein, zwei kenne ich so aus der früheren Klasse oder aus der Schule oder aus der Uni. Die meisten kommen einfach auch komplett verteilt. Also ich komme ja aus Stuttgart. Dann gibt es einen, der kommt aus Frankfurt, aus Bielefeld. Das ist ja auch eigentlich das Tolle, dass man sich eigentlich vorher gar nicht kannte und diese Plattform die Möglichkeit einem gibt, dass man sich kennenlernt und dann auch zusammen sowas schaffen kann.